Stimmt es eigentlich, dass man sehen kann, wer bei Facebook auf seinem Profil oder auf seiner Fanpage war? Das erfahrt ihr in diesem Video. Hi, mein Name ist Felix Beilharz, ich bin der Online-Experte und in diesem Video klären wir auf, ob es eigentlich stimmt, dass man sehen kann, wer auf dem Profil bei Facebook war oder auf der Fanpage war. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Apps dafür, die euch versprechen, dass die Apps euch zeigen, wer von euren Freunden oder generell welcher Nutzer euer Facebook-Profil besucht hat oder auch teilweise eure Facebook-Fanpage besucht hat. Die Frage ist jetzt, geht das wirklich? Stimmt das wirklich? Kurze Antwort dazu, nein, das geht leider nicht. Es gibt keine Möglichkeit, bei Facebook zu sehen, wer auf dem Profil drauf war oder auf der Fanpage drauf war. Man kann es ansatzweise feststellen, dazu zeige ich euch gleich ein paar Tricks, aber generell kann man das überhaupt nicht sehen. Diese Apps, die das anbieten, sind allesamt Beschiss oder Abzocke. Das heißt, die versuchen dann hinterher, euch auf Gewinnspielseiten weiterzuleiten oder mit Daten von euch abzuziehen oder irgendwelche Tricks zu machen, aber die zeigen nicht das an, was sie euch versprechen. Wer das sehen will, der muss bei Xing oder bei LinkedIn aktiv sein. Die beiden Netzwerke zeigen an, welche Nutzer auf dem Profil waren. Facebook definitiv nicht. Es gibt eine, naja, nicht eine Ausnahme, aber eine Möglichkeit zu sehen, zumindest wer auf einer Fanpage aktiv war. Das geht mit Dritt-Tools, wie zum Beispiel Fanpage Karma oder Xovi. Die Tools zeigen euch an, wer auf einer bestimmten Facebook-Fanpage am aktivsten war, also die aktivsten User. Das heißt, die am meisten geliked oder geteilt oder kommentiert haben. Die kann man dann sehen, sowohl für die eigene Seite, als auch für Fremde, für Konkurrenzseiten. Das geht also. Auf eurem Profil gibt es leider keine Chance, das zu sehen. Sorry, tut mir leid. Wenn euch das weitergeholfen hat, lasst mir einen Daumen da oder ein Abo. Dann kriegt ihr dafür jede Woche weiter ein Video aus der Reihe, stimmt es das? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.